Ich willkommen in den Ring aus Bernburg, Mohamed Jaha! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich spreche mich über 3x3 Stunden. Wir rufen in die rote Ecke vom PSV 90 Dessau, Lukas Kerner! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen in der blauen Ecke, Welcome to the Ring vom PSV 90 Dessau! Herzlich Willkommen in der blauen Ecke, Welcome in the Blue Corner, Luca! Herzlich Willkommen in der Blue Corner, Welcome in the Blue Corner, Schwerde Wings über drei Mal drei Minuten. In der Rote Ecke, Umarwett Jahar, 28 Jahre alt, 61,3 Kilo Kompf, mehr 1,60 Meter, Großstabt aus Syrien, Boot in Bernburg, Box in der Sportschule Winkler, wird trainiert von Komi Winkler und mit Wolfgang Lagan Reddulowitsch. Vier Kämpfer aus der Ruhr, drei verloren, einen und entschieden. Herzlich Willkommen noch einmal in der Rote Ecke aus Bernburg, Gohamed Jahar! In der blauen Ecke hat Aufstattung genommen vom PSV 90, der 19 Jahre alte, 62,1 Kilo Kompf, schwere 1,84 Meter große, Lukas Herrmann, Boot in Bernburg, U-Box in PSV 90. Das war heute trainiert von Enrico Schnurre und betreut von Jakob Schimler. Es ist sein erster Kampf. Herzlich Willkommen in der blauen Ecke vom PSV 90, Lukas Herrmann! Lukas Herrmann! Lukas Herrmann! Lukas Herrmann! Lukas Herrmann! Lukas Herrmann! L zamanl batart ravor! Box Mayer王 hat schwer gedicht, vor 3,59 Minuten. ROMAS Herrmann über 3 x 3 Min. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.